Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Ein-Familienhaus befindet sich in Henstedt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon, sowie drei Parkplätze. Das Gebäude verfügt über einen Balkon, sowie drei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 363 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 98.500 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.